Hallo und herzlich willkommen auf dieser Seite. Mein Name ist Holger Behrendt, ich komme aus Hamburg und habe mich als Business Coach sehr viel mit Unternehmern, Unternehmerinnen auseinandergesetzt, wie man das Business voranbringen kann. Schon im Laufe meines Studiums, ich habe in Hamburg Psychologie studiert, war es für mich immer schon mal wichtig, eine Kombination herzustellen zwischen Business, Business, Unternehmertum, Psychologie, wie kann man daraus sozusagen Dinge kreieren, die jeden voranbringen im Geschäft. Wenn du ein Business hast, sei es im Coaching, sei es im Network Marketing oder gerade ein Geschäft eröffnen möchtest, dann brauchst du Kunden. Dafür gibt es Stellschrauben für das erfolgreiche Mindset. Wenn die konsequent umgesetzt werden, dann ist der Erfolg nicht aufzuhalten. Das sind meine Erfahrungen. Gut, wenn du jetzt in Hamburg hier auf der Hauptverkehrsstraße, auf der Mönckebergstraße, einen fahrbaren Coffeeshop anbietest, dann brauchst du keine Kunden. Aber wenn du zu Hause sitzt, ein Online-Business hast oder einfach Kunden brauchst, dann gibt es wirklich diese erprobten Stellschrauben. Davon erzähle ich sehr gerne im kostenfreien Webinar und würde mich sehr freuen, wenn auch du davon profitieren kannst. Von daher eine ganz herzliche Einladung zu diesem Mindset Mastery Call und ganz liebe Grüße aus Hamburg. Holger Behrendt Holger Behrendt